Hier, für die Kasse. Gefeinen von Männern. Benutzt, um zu zähmen, den packenden Brunko. Wenn du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, ähm, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Eine Dame mit Hilfe, Berthe. Das gefällt mir. Madame. Hier. Bitte her! Wo ist er? Wo ist er? Du bist nichts für's. Lock hinten! Da drüben! Das reicht uns entkündigen! Auf geht's! Oh, va? Oh, va. Das war's für mich. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Voll nein! Ich bin hier unten! Nur zu, ich komm zurecht! Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Brauchen wir Geld? Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten! Aber Daisy Fitzroy sagt, es gibt einen anderen Weg! Und zwar schon sehr bald! Fink ist schuld am Zustand dieser Leute! Vielleicht hat Daisy recht! Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen! Aber erst bezahlt sie uns! Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff! Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Du diebverdammter! Das ist seine Schuld! Das ist seine Schuld! Feuert! Ich fühl mich schon besser. Dich! Knöpfe auf! Schießt ihn nieder! Schneid dir das Herz aus! Für dich gibt's keine Gnade! Ich... Achtung! Ich... Achtung! Ach! Ich hab Geld gefunden. Halt! Gut so. Seltsam. Hey, da ist dein Lockpick. Ja, Taschen leer. Dann gehen Sie lieber weiter. Das ist dein Lockpick. Ja, Taschen leer. Ja, Taschen leer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Daisy, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Colombias reicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben Munition, Waffen, alles was tödlich ist. Denen doch egal, ob wir alle draufgehen. Ich versteh das nicht. Warum werden manche wie Menschen behandelt und andere wie Tiere? Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Wie bei Wounded Knee. Vielen Dank.